Ich bin so richtig urlaubsreif, das merk ich Tag für Tag. Der letzte ist schon so lang her, dass ich ihn vergessen hab. Ich merk, dass ich rein nervlich längst voll aus dem Ruder lauf. Und darum drängt sich jetzt für mich die große Frage auf. Fährt jemand Richtung Süden? Fährt jemand Richtung Meer? Und hätt er nicht zufällig einen Platz im Auto leer? Von mir aus kann's gleich losgehen, wir haben nicht viel Gepäck. Im Grunde will ich eigentlich nur weg, weg, weg. Fährt jemand Richtung Süden? Mir ist egal wohin. Mir wär nur wichtig, dass ich weit weg von allem bin. Hätt gern für zwei, drei Wochen die Füße in Sand gesteckt. Und meine Lebensgeister wieder geweckt. Die ganze Woche im Büro, da wird's zumeist recht spät. Und abends nach dem Fernsehen, dann flieh' ich recht mir ins Bett. Am langersehnten Wochenend erhol' ich mich meist kaum. Drum steht für mich in letzter Zeit, er frag' so sehr in Raum. Fährt jemand Richtung Süden? Fährt jemand Richtung Meer? Und hätt er nicht zufällig einen Platz im Auto leer? Von mir aus kann's gleich losgehen, wir haben nicht viel Gepäck. Im Grunde will ich eigentlich nur weg, weg, weg. Fährt jemand Richtung Süden? Mir ist egal wohin. Mir wär nur wichtig, dass ich weit weg von allem bin. Hätt gern für zwei, drei Wochen die Füße in Sand gesteckt. Und meine Lebensgeister wieder geweckt. Und meine Lebensgeister wieder geweckt. Und meine Lebensgeister wieder haben. Vielen Dank.